Bitcoin und Ethereum in Richtung neue All-Time-Highs. Was wir jetzt hier ganz konkret in den kommenden Stunden und Tagen erwarten, welche Levels diesbezüglich wichtig werden und wie hier die Wahrscheinlichkeiten stehen, schauen wir uns hier alles gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading & Air. Bevor wir anfangen, ganz kurz noch der Hinweis, alle unsere wichtigsten Links sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Heißt einmal zu Bidget, um euch einen Großteil an Gebühren beim Traden zu sparen, sowie Zugang zu unseren regelmäßigen Events zu bekommen, wo wir ja mittlerweile bis zu 1000 Dollar Boni allein durchs Traden eben zurückholen könnt, sowie unsere kostenlose Telegram-Signalgruppe, die ist ebenso verlinkt für die Signale oder eben Spot-Portfolio-Käufe und natürlich unsere Talk-Gruppe für den Austausch in der Community. Wir starten direkt rein. Bitcoin notiert aktuell bei den 66.800 US-Dollar, dementsprechend auf die letzten 24 Stunden mit 1% Impuls. Ethereum 3.260 US-Dollar, dementsprechend hier 3% Impuls. Wir gehen direkt rüber in den Bitcoin-Chart, beginnen wie gewohnt auf dem Daily-Time-Film. Grundsätzlich, WXYXZ heißt hier einmal unsere Korrektur hier unten beendet, zählen dementsprechend seit diesem Low unseren nächsten Impuls. Eine grüne 1 bis hier rüber, eine grüne 2 im Flat, eine grüne 3 aktuell weiterhin ongoing und dann nochmal eine 4 und eine 5 im Endeffekt. In dieser grünen 3 unterteilen wir das Ganze nochmal in den blauen Count, heißt 1, 2, 3 nach oben. 4 kommen wir gleich zu, ob die hinterlegt ist oder nicht, um dann eben noch im letzten Push nochmal in Richtung unserer grünen 3 dann hochzukommen. Was ist nach wie vor, die Option besteht einfach nach wie vor, dass wir eben hier das Ganze noch bullischer counten, ist kurzfristig bearischer, langfristig aber bullischer. Hier unten das 1, 2, 1, 2 wäre gleich, jedoch würden wir dann jetzt hier nicht sagen, dass hier oben unsere blaue 3 gefunden ist, sondern dass das erst die 1 der blauen 3 war. Dann würden wir jetzt ein bisschen tiefer kommen, deshalb kurzfristig bearischer, mindestens 53.000 US oder was wir hier dann anwesend würden, um dann erst eben hier nach oben zu kommen. Ist aktuell noch nicht spruchreif, einfach aber im Hinterkopf behalten, das aktuell hier sowieso eher unsere primäre Erwartung, dass wir hier in der 4 sind und dann nochmal in Richtung High High eben pushen. Bevor wir jetzt in die genaueren Analyse unserer blauen 4 bzw. 5 einsteigen, wie immer noch kurz der Hinweis, unsere kostenlose Telegram-Signalgruppe findet ihr unten in der Videobeschreibung. So sehen die Signale aus, wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine finanzielle Anlageberatung, so traden wir. Ihr könnt die Trades nachmachen, müsst das natürlich nicht. Wir traden auf Budget, gibt es wie gesagt auch einen Link unten in der Videobeschreibung, um euch Gebühren zu sparen und natürlich auch hier unsere regelmäßigen Events nicht zu verpassen, sowie die Talking-News-Gruppe für den Austausch in der Community. Damit gehen wir jetzt aber wirklich runter auf den 4-Stunden-Timefirm hier direkt ins Geschehen. Das, was ihr aktuell sehen könnt, ist unsere bullische Option. Dann würden wir das Ganze nämlich aktuell wie folgt counten, eine korrektive W nach unten, eine korrektive X nach oben und dann jetzt aktuell in der korrektiven Y eben nach unten gekommen. Diese hätten wir nochmal im Flat gezählt, heißt dreiteilige A, dreiteilige B und dann nochmal einen Impuls in unserer C. Das Ganze im Broadening Ending, dementsprechend mit unserem Low hier ganz, ganz rechts, unsere blaue 4 in diesem Szenario gefunden. Man kann das Ganze, wenn wir jetzt hier mal auf den Stunden-Timefirm gehen, bereits schon impulsiv nach oben zählen. Dann würden wir hier zeitnah unser erstes Top sehen, würden dann korrektiv nach unten kommen, um dann mit der 3, 4 und 5 ja entweder unsere blaue 5 schon auszubauen. Das wäre jetzt aber eher so ein Szenario, was die 1 der blauen 5 dann im Endeffekt darstellen würde. Das Szenario wird dann spruchreif, beziehungsweise unsere primäre Erwartung, wenn wir hier unseren Channel nach oben und raus verlieren. Dieser Channel, beziehungsweise die Resistance-Haltestelle, hier die 71.500 US-Dollar, wenn wir die impulsiv rausnehmen, ist hier definitiv für uns der Boden hinterlegt. Dann würden wir hier direkt in Richtung 77.000 US-Dollar kommen. Wir gehen tatsächlich eher davon aus, dass wir den Bereich zwischen 85.000 und 107.000 US-Dollar eben anlaufen werden. Im Endeffekt ist das nichts anderes, als unsere blaue 1 geschnappt, an dieses Low hier angelegt, heißt an den blauen 4 angelegt. Da ist das 0,618 bis 1-to-1-Ratio eben ein Level, was sehr oft im Bulldown angelaufen wird, würde eben reinkommen. 85.000 US-Dollar bis hoch auf die 107.000 US-Dollar. Das wäre der Bereich, den wir dann im nächsten Schritt für neue All-Time-Highs hier eben anvisieren würden. Solange das nicht geschieht, dass wir hier unseren Channel nach oben und raus verlieren, gibt es weiterhin in unseren Augen die Option, dass wir das Ganze hier wie folgt counten. Und zwar dann würde noch ein letztes Low-Low ausstehen, das Ganze im W, X, Y, X, Z. Dann wären wir aktuell hier in einer Flat in unserer X, heißt dreitellige A, dreitellige B oder W, X, wie auch immer, und würden jetzt eben nochmal ein bisschen nach oben pushen. Grundsätzlich ist für die X bereits, ja sind unsere Targets bereits, unsere Mindest-Targets erfüllt. Nächste Haltestelle wäre unser Golden Pocket bei den 67.600 US-Dollar in Kombi mit unserem 1, 2, 3, 6er über diese Form der Korrektur eben angelegt. Sonst erst wieder unser 0,887er in Kombi mit unserem 1, 6, 1, 8er bei den 71.000 US-Dollar. Da würde sich das Ganze eben nochmal ausgehen mit einem Touch unserer Resistance Line. Wie gesagt, dann wird es interessant, brechen wir durch, dann steigen die Wahrscheinlichkeiten enorm, dass der Boden unterlegt ist. Solange das aber geschieht oder solange das eben nicht geschieht, würden wir hier aktuell weiterhin davon ausgehen, dass nochmal ein letztes Low-Low aussteht. Dann eben hier im Anschluss nochmal mit einer Z in Richtung Low-Low zu kommen. Dann hier ganz starkes Augenmerk auf das 0,382er würde reinkommen bei den 57.655 US-Dollar. Maximalausdehung sehen wir aktuell aber eher nicht. Hier die 53.300 US-Dollar, das wäre unser blaues 0,5er. Wir fokussieren hier aktuell eher den oberen Bereich an, was sich auch ganz gut ausgehen kann mit einem weiteren Touch hier unten unserer Support Line in unserem Channel. Aktuell, wie gesagt, ist das Ganze hier nach oben und raus sowohl korrektiv als auch impulsiv zählbar. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal die Füße stillhalten. Sehen wir jetzt hier wirklich einen Korrektiv-Move nach unten, dann schon wirklich einen sehr, sehr impulsiven Anstieg, dann steigen auch schon die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich hier um unseren Bullish-Account handelt. Da das aber bis jetzt noch nicht der Fall ist und wir einfach hier noch zu wenige Daten vom Markt haben, können wir aktuell nur davon ausgehen, dass wir hier, wie gesagt, die nächste Haltestelle unserer Golden Pocket wäre, dann hier wieder die nächste Haltestelle hier oben, um dann eben nochmal in Richtung Lower-Low zu fallen. Bis wir diese rausnehmen, ist das auch weiterhin unsere primäre Erwartung, dass hier nochmal ein Low aussteht. Wenn wir jetzt hier, wie gesagt, impulsiv diese Levels rausnehmen, steigen die Wahrscheinlichkeiten enorm, dass hier unsere blaue Fee hinterlegt ist und wir hier sehr, sehr zeitnah in Richtung neues All-Time-High kommen. Dann, ja, 77.000 US-Dollar kann Resistance mit sich bringen. Wir würden, wie gesagt, eher davon ausgehen, 85.000 bis 107.000 US-Dollar, je nach interner Struktur, dann für neue All-Time-Highs hier bei Bitcoin. Heißt, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, aktuell gibt es hier zwei Optionen. Option 1, Boden unterlegt, dann wäre das hier zeitnah unser erster Impuls, würden korrektiv nach unten kommen, um dann hier nochmal impulsiv nach oben zu schießen. Wenn das ungefähr so in diesem Szenario kommt, schon sehr wahrscheinlich, dass der Boden unterlegt ist. Solange das aber noch nicht geschehen ist, gibt es hier weiterhin unseren Bearish-Account, dass wir im WXYXZ noch einmal auf ein letztes, weiteres Lower-Low fallen würden. Dann für unsere zweite X, unser Golden Pocket, bis hoch aufs 0,887er im Blick behalten, um dann im Anschluss nochmal in Richtung Lower-Low zu fallen. Dann ganz starker Fokus hier auf die 57.600 US-Dollar für mögliche Bodenbildung dann bei Bitcoin. Dann möchten wir eigentlich hier spätestens dann wirklich den Impuls nach oben und raus in Richtung neues All-Time-High-Ebenen sehen. Wir gehen direkt weiter in Ethereum. Auch das Ganze hier kurz auf dem Daily-Time-Film. Grundsätzlich der übergeordnete Account natürlich auch hier Boden hinterlegt. 1, 2 aktuell in der 3 würden dann von hier aus nochmal eine 4 ohne 5 dann im Anschluss erwarten. Innerhalb unserer orange 3 das Ganze auch hier nochmal in den blauen Count, heißt blaue 1, blaue 2 im Flat, blaue 3 gefunden, aktuell in der blauen 4, um auch hier dann in Richtung neues All-Time-High eben nochmal zu kommen. Wir können mal ganz kurz gucken, ob hier unsere Bereiche richtig angelegt sind. Genau, ist auch richtig angelegt. Wenn unsere blaue 4 bereits hinterlegt wäre, wäre hier ein ganz starkes Augenmerk hier auf neues All-Time-High in der Region von den 4.600 US-Dollar. Hier kommt einmal unser übergeordnetes orangenes 1.618 da rein, heißt trendbasiertes Fibonacci-Tracement über unsere orangenes 1.2. Und unser 1.2-1-Näscher im Blau heißt, dann wäre hier die blaue 5 genauso lang wie die blaue 1. Wenn wir jetzt noch eine Ebene tiefer gehen, sehen wir auch hier zwei Optionen, wie wir das Ganze dann counten würden. Wenn der Boden hinterlegt ist, das Ganze auch hier im W, X, Y. Und ihr kennt es auch hier wieder im Flat in der Y, heißt dreiteilige A, dreiteilige B und dann jetzt eben hier den Impuls down. Da würden wir hier dann eine Truncation eben forcefitten zu unserem rechten Low und zählen dann aktuell auch hier eben unseren, beziehungsweise da kann ich mal ein bisschen näher heranzuhen, schon mal unseren ersten Impuls hier dann eben nach oben. Dann wäre auch hier zeitnah unsere erste 1 der 5 abgeschlossen, würden hier einen korrektiven Move nach unten warten, um dann eben hier impulsiv nach oben zu schießen. Selbes Spiel, wenn wir hier so ein Szenario reinbekommen, steigen schon die Wahrscheinlichkeiten, dass hier der Boden hinterlegt ist, aber auch hier wird es dann zum primären Szenario, wenn wir hier unseren Channel nach oben raus in diesem Szenario eben verlassen. Bis das geschieht oder bis das eben nicht geschieht, erwarten wir weiterhin ein weiteres Lower Low bei Ethereum, das Ganze im W, X, Y, X, Z. Dann auch hier einmal unser Golden Pocket im Blick behalten bei den 3.350 US-Dollar, sonst unser 0786er jetzt vielleicht noch zeitnah relevant bei den 3.500, dann spätestens hier eben noch ein weiteres Lower Low hier für Ethereum. Das Ganze, wie gesagt, so lange spruchhaft, bis wir diese Levels rausgenommen haben. Wenn wir das tun, dann wird hier folgendes Szenario zum primären Szenario, dass hier unser Boden bereits gefunden ist und wir hier zeitnah in Richtung 4.600 US-Dollar eben hochkommen können. Sonst, wenn wir hier tatsächlich nochmal unser Lower Low reinbekommen würden, dann wäre hier unser Golden Pocket noch relevant bei den 2.750 US-Dollar für potenzielle Bodenbildung bei Ethereum, um dann im Anschluss eben erst unseren Impuls reinzubekommen und dann in Richtung neues All-Time-High eben hier hochkommen zu können. Das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Sollten noch Fragen zum aktuellen Count, zu den wichtigsten Levels offen sein, uns gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talk-News-Gruppe wissen lassen. Und damit würde ich sagen, Trading ist raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Update-Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.